Harr, liebe Freunde des gefligten Gamings und herzlich willkommen zurück hier bei Return to Monkey Island. Ich heiße nicht nur Lomdom Silver, sondern auch dich recht herzlich an Bord. Willkommen an Bord von Le Ship, was on le tour to le Monkey Island ist. Und, ähm, da hole ich doch glatt die Sachen hier vom Tisch. Ähm, ja, wir brauchen die Zustimmung unserer Crewmitglieder, die nicht wirklich nach Monkey Island wollen. Das ist nur Le Chak, der das möchte auf diesem Schiff. Alle anderen sind eher so, nee, nee, lieber nicht, Geheimnis wollen wir nicht, bäh, 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 bäh. Und er hat eine Abstimmung gemacht in der letzten Folge, die ist leider gegen uns ausgegangen. Wir sind die Einzigen, die das wollten nach Monkey Island. Das heißt, wir müssen die anderen jetzt von unserer Idee überzeugen und auf unsere Seite kriegen. Das machen wir. Er liest zum Beispiel gerne, das heißt, wir müssen halt, ähm, ja, er sucht Unterhaltung und er liest gerne. Wir müssen ein passendes Buch finden. Haben wir denn noch unser schönes Buch dabei? Ne, das haben wir wieder zurück. Das Hinweisbuch, ist natürlich auch blöd. Ja, nee, das ist ja Quatsch. Ich dachte, wir hätten das eine Buch noch dabei. Ach nee, Zutaten, das hat ja Koch, ja, schade, schade, schade. Ansonsten hätte ich gerne Ende der Planke mitgenommen. Das wäre auch schön gewesen, das hätten wir ihm jetzt geben können. Und dann, äh, genau. Aber wir müssen auch eine einstimmige Sache haben. Das heißt, wir, 4 zu 3 geht in diesem Fall leider gar nicht. Hm. Aber sonst hier. Das wäre auch zu einfach gewesen. Wie wäre es denn mit dieser wunderschönen Visitenkarte? Nein. Leider nein. Das Bild beruhen dann hier. Nein. Irgendeiner ist bestimmt kunstinteressiert und dann kriegt er das Bild. Ähm. Wie die Karte? Nein. Die werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr brauchen. Achso, nee. Nee, nee, nee. Es wird wahrscheinlich ein Buch sein, was wir noch nicht haben. Gut. Dann geht's mal weiter. Also. Murray haben wir hier reingetan übrigens, ne? Den werden wir aufs andere Schiff schicken, weil Captain Madison ist auch mal ein Schiff. So, jetzt gehen wir nochmal zu ihm hoch. Wir fangen jetzt jeden Einzelnen, ähm, was Sache ist hier, warum und wieso, weshalb. Nein. Da ist Captain Madison, und die brauchen einen Schädel, Murray, den wir rüberschicken werden, wenn wir mit der Mannschaft dann einfach mal übersiedeln aufs andere Schiff. Und Le Chucky alleine lassen. Das ist unser Plan. Wollen wir hart? Never. Lass uns über dein Wohltum nach Mackey allen sprechen. Was ist das für ein Buch? Buch. Was ist das Buch? Das ist ein Buch von Underworld-Jokes. Jokes von Beyond the Pale. Unheard of in diesem Welt. Unterwelt-Witz hast du gesagt, sind sie gut. Unterirdisch. Hahaha. Was würdest du das Buch auch als unterhaltsam bezeichnen? Okay, also. Meinst du, du bist bald mit dem Lesen fertig? Nein. Ich habe nichts, was zu tun. Meinst du, ich meine, okay, lass uns nochmal über dein Wohltum reden. Mh, das kenne ich, das kenne ich, das Gefühl. Äh, was deine Stimme angeht. Oh, liebens essen. Wenigstens einer, der es mal offen und ehrlich sagt. So, hast du einen Lieblingsessen? Oh, ja, es ist scorched alaska. Scorched alaska. So, day like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poke to the tongue. Ugh, except when Pewter makes it unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Okay. Da unser erster Mat, der wir jetzt sind, über Bord geschossen worden ist, können wir wahrscheinlich auch in die Kombüse und mal mit Putra reden. Brenntes alaska, muss ich nochmal zuhören, im Moment. Okay, heißer Schuhhaken auf der Zunge. Tut das, wenn dein Kopf in Flammen steht. Hm, okay. Wenn du deinen Kopf in einen Eimer Wasser steckst, würdest das helfen? If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Even fire burns in the water, so no. Hm, okay. Ah, ja. Once in a while, I look good in the end. For a few seconds. Ja, für paar Sekunden, das ist auf jeden Fall wahr. Ich kann nicht aufhören, über deinen Kopf nachzudenken. Ich kann nicht aufhören, über deinen Kopf zu denken. Ich meine, was es wäre, wenn du eine Kopf, die auf Feuer war. Ich kann dir helfen, wenn du dich helfen kannst, wenn du wirklich gut bist. Na, passe, 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 äh, gut. Ja, dann haben wir alles. Also, ihm müssen wir was, äh, schmackofatziges bringen. Dann müssen wir das Buch bringen von ihm. Wahrscheinlich nehmen wir an, wenn wir ihm was zu essen bringen. Legt da das Buch auf Seite, wir können das Buch nehmen. Und so weiter und so fort. Äh, äh, ups. Äh, was? Hm. So, was schon nochmal auf den Zettel? Moment. Achso, ja, ja. Na, was war hier? Okay, wir können versuchen, sie zu streicheln. Bis jetzt haben wir sie versucht, äh, also, wir haben sie immer gemieden. Hier, komm. Feder. Katzenbürger noch federn. Ah, okay. Ich dachte, wir könnten das mit ihr spielen, um halt unsere Freundschaft zu zeigen. Hier. Frist Kräcker. Geht auch nicht, Mann. Dann gehen wir mal in die Kombüse. Von dem, wo sind die anderen Leute alle hin? Öh, nein. Nein, 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 da gehen wir nicht hin. Da gehen wir garantiert nicht hin. Hm? Hm? Wo bist du denn? Flair Gorey. Flair? What is it? Können wir über dein Votum reden? Nein, was ist genau deine Aufgabe auf diesem Schiff? Woran arbeitest du da? Was ist das, du da? Es ist die Musik für LeChuck. Ich schicke aus einem Melon. Ich bin froh mit den ersten zwei Noten. Ich bin froh mit den anderen Noten. Ich bin froh mit den anderen Noten. Nein. Oh, komm. Es muss ich etwas tun, was ich für dich tun kann. Was, was du willst? Nichts, was du mir kannst. Mach es mir. Okay, gut. Vorher heute, ich verletzte meine Mutter's Wailman. Es war ein schönes Heirloom. Ich habe es geschenkt. Und jetzt ist es weg. Bring mir den Knife, und ich wähle für deinen Schiffen Plan. Great. Kannst du mir sagen, wo und wann du letztendlich gesehen hast? Es war aus dem Gullet's Back. Right nachdem ich ihn mit den Schiffen habe. Wahrscheinlich ist es noch da. Das kann doch nicht alles sein. Äh, Flair? Yes. Forgive me, but I'm unclear. What exactly is your job on this ship? I'm the second mate, both on Gunner, ship surgeon and composer. And I do the laundry. Wow. Save a little for the rest of us, huh? You after my jobs? Better not, people. I need the cash. Save enough. Auf was sparst du denn? Ach, genau. Langfristig investieren, Leute. Langfristig. Äh, ja. Okay. Sie hat kein Messer mehr. Okay, fragen wir mal. Naja, okay, hab verstanden. Okay. Äh, Claire? What? Ähm. Ähm. Oh, Entschuldigung. Ja, gut. Okay, aber Achtung. Ja, klar. So, jetzt gehen wir in die Kombüse. Das erste Mal, dass wir uns hier aufhalten. Puta madre. Äh, ich meine, puta. Und da ist, äh, ja. Ist schon gut. Ich kann mich da nicht ausreden. So, den Schrank betrachten. Hm. So, was haben wir denn hier? Anbieten den Abwasch zu helfen. Okay. Lass uns erst mal. Ihh. Ihh. Da war die Male. Puta madre. Quasi. Lecker. Ist ja so schlimm wie der Koch auf, äh, in der Skampa. Eglige Utensilien. Ist es so schlimm, ob sie für die Kochung oder für die Kombüse sind. Es ist schön, dass du denkst, dass es eine Unterschiede gibt. Hm. Ist es eine Socke? Nudel? Ich bin nicht sicher, dass sie noch ziemlich tot sind. Okay. Kann ich mich über den Schrankschrank fragen fragen? Es war ein Dämon-Peper. Er ist von Dämon-Pepern, die sind quasi die heißen Pepern, die man kann bekommen. Wo ist es hin? Wenn du nicht, unter irgendwelchen Umständen, legst es auf alles, was du essen möchtest. Ja, kann ich hier noch nehmen, oder? So, was gibt's noch hier? Stichender Geruch. Okay. Fragen, was in der Speisekammer ist? Okay, besser nicht. Ähm, vorschlagen, das Wasser zu wechseln. Okay. Das ist morgige Abendessen. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich glaube, wir lassen das für morgen mal ausfallen. Ja. So, was haben wir noch? Ähm, ja, wir können anbieten. Aber wir sprechen erstmal mit Ihnen. So, Putra. Chef, Putra. Please call me Chef. Everybody does it. Hey, Chef. No, never. But they should. Ich möchte versuchen, dich bei der Abstimmung noch zu erzeugen. Ich würde versuchen, dich auf einer Monke-Island-Bug. Schau dir die Brille. Ich bin unsweigbar. There is only one opinion I value, and that's Iron Roses. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mentioned it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. Okay, das heißt, wenn wir sie überzeugt kriegen, Rose, dann würde sie automatisch mitziehen. Das ist schon mal leichter. Ja, das ist schon mal leichter. Weil andersrum wird es scheinbar nicht funktionieren. Aber ich probiere es trotzdem nochmal. Okay, wie kommt es, dass dich die Leute nicht Chefküchen nennen? Okay, verstehe. Ein Chefkoch ist also besser als ein Koch? Ein Chefkoch ist also ranghöher als ein Koch? Bekommt ein Chefkoch mehr Geld als ein Koch? Hast du versucht, eine Beförderung zu bekommen? Ja, die schmeißen einen immer, die knüppelt sich in die Weine, nicht wahr? Ich nehme an, du weißt nicht, wie man brennendes Alaska macht. Äh, was ist genau, was brennendes Alaska? Ja, machen wir mal so. Warum? Okay, den habe ich auch verstanden. Gut, wir müssen sie jetzt zu Chefküchen machen, dann kann sie das machen, obwohl sie so könnte. Hm, genau. Was genau ist brennendes Alaska? Was genau ist brennendes Alaska? Schwieg vorstellbar. Schwieg vorstellbar. Äh, gut. Kannst du gut gut? Ja, okay. Äh, wie wurde es dann zum Beispiel? Oh, warte mal. Ja. Erdbeeren noch nicht. Ich bin ein angeheiterterer, der Zombie. Ich habe zu der Zeit geschlafen. Ich bin auch allergisch gegen Erdbeeren. Ein anderer Zombie hat mich gebissen, während er versucht hat, mein Gehirn zu essen. Natürlich. Äh, nee, versuch mal Gemeinsamkeit, ähm, herzustellen. Ja, ich bin auch allergisch gegen Erdbeeren. Ja, ich war nicht allergisch. Ich kann ihn nicht mehr halten, aber sicherlich. Obwohl, sicherlich. Haha. Manchmal verkehrt, äh, wie war Gullit? Äh, wie war Gullit? Äh, du haste gesehen, dass er ein bisschen ein Bully war. Äh. Er hat nicht so viel Kraft oder Kontrolle in seinem Leben, und er war nicht sicherlich. Er hat sich um das zu verabschieden, um zu verabschieden, um zu verabschieden und zu verabschieden, wenn er die Möglichkeit hatte. Du sagst nicht. Aber er hat seine gute Seite. Er hat geschrieben, äh, keine Ahnung mehr weiß das. Er hat es einen Gehirn gehalten. Er hat immer Angst, dass jemand seine Ideen verabschiede. Okay, äh, wo finden wir die denn? Das wäre jetzt die Frage, ne? Äh, manchmal verkehrt ich, dass er es ist. Ich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, einen decenten Kühlschrank in einem Restaurant oder in einem schwankigen Mannhaus, sagen sie, dass ich zu grün bin. Und sie spielen es, wie sie über die Erfahrungsschleute sprechen, aber ich weiß, was sie bedeutet. Zombies müssen nicht fliegen. Wir wollen nicht, dass sie rötten. Meinen Auftritt als Geburtstagsklown hat sich erledigt. Mein Bridge-Club hat mich verstoßen. Sie denken, dass wir nur Gehirne essen wollen? Ja, definitiv. Äh, ja. Mein Bridge-Club schandt mich. Unglaublich. Ich weiß, es ist nicht Bridge-Clown. Nein, ich meine, du hast mich einfach nicht als Bridge-Player. Okay. Wie bist du sicher, bist du sicher, dass du keinen Bremseher machen willst? Ich überlasse dich wieder mit dem Kochen. Ja gut, das wird so nicht funktionieren. Gullit hat also Gedichte geschrieben. Gedichte, die wir vielleicht brauchen, um halt dem... Ich hab vergessen, wie er heißt. Der hat er Bob geben können zum Lesen. Ähm. Ja, erst mal fragen wir hier mal, ob wir helfen können beim Abwasch. Ja, hab ich schon gemacht. Okay. Dann, na gut. Warum macht er das dann nicht? Okay, ich befürchte, wir müssen ihn irgendwas unterschreiben lassen und dann halten wir ihm das dann hin und dann war's das. Nur durch so meine Intention. Also von selber würde er das nicht unterschreiben. Also, mögen, das ist ja Quatsch. Das ist doch Quatsch jetzt. Aber wir gucken erst mal im Laderraum, ob wir irgendwas finden. Äh, die Box ist leer. Ansonsten ist hier nichts zu holen, ne? Von Glück reden. Ja, die hat ein Ei, richtig. Die hat ein Ei am Wandern. Kann man doch das Hühnervutter nehmen. Wir nehmen es trotzdem mal was mit. So, es schadet ja nicht. Es soll nicht unser Schaden sein. So. Und dann gehen wir nochmal hier raus. Ach. Haben wir irgendwas, was wir da hinten reinstecken können? Ach so. Unten? Nee. Da macht's auch keinen Sinn, da lang zu gehen. Na, Mann. Mann, 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 Mann. Okay, wir gehen wieder hoch. So, wir müssen LeChuck überzeugen. Jetzt mal kurz die Reihenfolge auf dem Schirm haben. Wenn wir sie überzeugt haben, haben wir die Köchin überzeugt. Wenn wir aber die Köchin befördern, macht ihr uns das brennende Alaska, was oben den an der, hier am Krähennest überzeugt. Der gibt uns dann das Buch und können das geben wir ihm. Aber wie können wir ihr... Warte mal. Wie können wir ihr denn helfen hier? Wie war das nochmal? Die muss eine Titelmelodie machen, ne? Genau. Vielleicht sind die Gedichte für sie. Ja. Ich glaube, die Gedichte sind eher für sie. Ähm, ja. Zwei Jungen. Ja, okay. Ist gut. Ich weiß immer noch nicht, wer Molly ist. Äh, vielleicht können wir doch. Soll ich jetzt wagen, da mal reinzugehen? Immer dieses Speichern zwischendurch, Freunde. Wow. Warte. Oh, okay. Okay. Geibra, äh, Mike. Blutschwerter, Gefürchteter, Wahnsinns, Bart, der Bartlose, Augenfresser, der Rücksichtlose. Schrobi ist in Ordnung. Ja. Ja. Okay, können wir nochmal rein. Okay. Was ist das? Ja. Oh, da ist sie. Oh, ja. Hast du die? Eibauts. Eibauts. Okay, hab verstanden. Ähm. Genau, den Antrag auf Beförderung. So. Bitteschön. Einmal unterschreiben. Gutes. Warum nicht? Oh, nö. Ah. Das Report. Bitteschön. Bitteschön. Und gebt sie zu Iron Rose für ihre Initial. Some say it's Graf that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Hehehe. Okay. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall was Neues. Ähm. Das Bericht des ersten Mart-Untersuchung. Bericht des ersten Schrubbers. Was? Mart? Stand hier? Ne, des ersten Schrubbers untersuchen. Missstände auf dem Schiff protokollieren. Von Iron Lows unterschreiben lassen. Okay. Missstände. So. Nein. Hm. Dann gehen wir nochmal hoch. Was haben wir denn hier für Missstände? So, hier. Äh. Dingens. Den Bericht herzufügen. Was heißt? Was steht jetzt da? Äh. Ach, Mann. Trankfleck auf dem Oberdeck. Ja, das ist mir auch schon negativ aufgefallen. Das, äh, darf nicht sein. Dann haben wir hier, ähm, den Müll überall rumsteht. Ja. Noch nie hat einer was vom Recycling gehört. Finde ich nicht gut. Ah, ich muss mal gucken. Vielleicht ist hier noch irgendwo, irgendwo eine Quizkarte, die ich übersehen habe. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht, Freunde. So, was haben wir denn hier noch? Das ist doch nicht gut, dass einer hängt. Achso, nee. Das ist nicht richtig. Dann. Hm. Achso. Das ist mir auch schon negativ aufgefallen. Aber das bringt nichts. Okay. Wir fahren, obwohl wir gar nicht fahren brauchen. Weil wir sind ja gar nicht, wohin wir fahren. Ach, nee. Dann gehen wir nochmal hoch. Vielleicht ist da oben noch was. Ach, komm, Junge. Achso, ich dachte, klärt er jetzt die ganze Zeit hoch. Aber hier ist ja auch nichts, ne? Äh, da ist ja auch nichts, aber... Immerhin haben wir schon mal zwei von fünf. Nein, 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 nein. Gut, dann geht's weiter. Irgendwo müssen wir noch was finden. Ich vermute mal... Achso, hier, genau. Der Anker, der ist ja zu klein. Das haben wir ja schon festgestellt. Den können wir auch mal hinzufügen. Weißt? Weißt, das geht nicht. Der Anker ist doch viel zu klein. Eben, also, hier, komm. Das hat aber auch nichts mit Reinlichkeit zu tun, ne? Jetzt gehen wir nochmal hier rum. Prüfen nochmal das, ähm... Oh! Oh! Freunde! Nettes Messer! Äh, ich steck da fest. Ja, okay. Äh, nettes Messer. okay pass auf das heißt jetzt erst kommen wir haben noch ein bisschen zeit er solltest vielleicht eine freundliche ton anschlagen ja das stimmt ich kann zehn minuten lang die luft anhalten und du ja ja das stimmt da kann man nicht aufhören das ist ja das stimmt wir sind ja auch ein zombie eigentlich warum auch nicht atmen oder wenn ich dich hier unten lasse glaubst du kannst dich befreien das habe ich okay sobald wir in see stechen wirst du wahrscheinlich vom bruder zu breit zerquetscht keine gute aussichten ja das stimmt ich würde dir helfen aber erst mal muss ich das messer rausziehen wo ist das so ja freunde misst ihr was ich speichern mal mal neun und dann gucken wir mal wie lange wir noch aushalten hier ähm verhöhnen wie steckt er fest aber das können wir auch mal festhalten ähm das den bericht hinzufügen sollten wir das tun haben wir es jetzt aufgeschrieben nein ach unansinnig ist durcheinander behinderter schips oder alles klar ja gut weil wir am rad gedreht haben da hat er noch so upsie aber hat er noch gesagt gehabt hier guy brush und ich wusste nicht was da was damit gemeint ist okay wir haben ihn natürlich dann deswegen erst eingequetscht okay na ja interessant vor allem ich würde sagen wir warten mal die vier minuten die vier minuten noch was ab ich will mal gucken was passiert wäre das der erste tod in einem lucas arts adventure oder gab es schon heute man in einem lucas arts adventure schon sterben wie war es bei der dick war dann kein dagegen das nicht mehr ist einer gestorben aber das war ein nebencharakter der dann wieder zurückkam am ende also und bei loom habe ich nie gespielt deswegen dass das steht noch auf meiner türlüste aber ich habe es mal installiert gehabt aber habe es dann nicht gespielt ist wieder so ein typischer ja ein klassiker von mir habe es dann einmal kurz gestartet um zu gucken ob es läuft und dann weil dieses typ hier ja das mache ich dann morgen weißt du was spiel ich morgen und so ja wenn wir jetzt hochgehen ist vorbei ne ja ist natürlich das wäre ärgerlich wir können aber sonst nichts machen über die ursprünge des antiken messers grübeln oh ja alles klar berichten wir das ersten schrumpf untersuchen hätte ich ein smartphone bei der würde ich ihm das mögliche foto machen stecken wir das andere besser rein wir warten die drei minuten ab ich hoffe das okay für euch wenn nicht da kannst du ein bisschen vorspulen auf youtube zumindest liebe leute aus dem aus dem live stream das geht natürlich jetzt nicht wir ziehen das aber jetzt durch die zwei minuten 50 haben wir noch bin mal neugierig klappt das und was passiert entweder wir sterben dann ist das der erste tod an einem lucas film adventure oder es kommt ein hinweis zum motto wir sind doch wir sind doch nicht sierra oder sowas also ein lieb auf sierra oder sowas das würde ich mich aber ich mir auch darüber freuen und auch glaube ich die wenigsten verstehen heutzutage aber wir ziehen das noch durch wenn wir hochgehen und wieder runter da müssen wir noch mal acht minuten warten das wäre quatsch und außerdem hat er gesagt dass er zehn minuten die luft anhalten kann das heißt wenn die acht minuten rum sind haben immer noch zwei minuten wie beim football achtung es geht los die two minute warning two minute warning wird immer so ein boxen wird dann immer so vor ende wird dann irgendwie auf dem boden geklopft damit der boxer weiß oder klopft einer auf dem boden da ist zeitgleich rum dann gibt es die two minute warning beim football immer noch so in indiz dass die zeit langsam knapp wird aber wir ziehen das jetzt durch sorry wenn die folge jetzt dadurch ein bisschen langweilig wird am ende aber wir haben das messer gefunden das ist schon mal sehr gut vor allem wir haben jetzt gallet oder gullet gefunden der hinten fest klemmt das ist auch gut ich habe gedacht der wäre für immer weg gewesen gut dass ich noch mal hergekommen bin ich wollte eigentlich nur den missstand hier haben an bord des schiffes noch mal untersuchen und wenn ich das so sehe wir haben jetzt immerhin haben wir drei von fünf missstände schon aufgeklärt trankfleck auf dem deck ungesicherte abfälle leere kisten auf dem oberdeck ach so die kisten die woanders noch stehen die können auch noch mal aufnehmen oder mein oberdeck wahrscheinlich in der kombüse noch möglichkeiten was aufzunehmen oh eine minute noch ab jetzt ich war ich da steht bestimmt auch sowas wie ja ich kann auch zehn minuten und luft anhalten warum wunderst du dich jetzt oder oder sierra oder es kommt wir sterben wirklich was meint ihr was passiert jetzt meine kommentare schreiben bevor das überhaupt stattfindet nicht schummeln jetzt in die kommentare schreiben was glaubst du was passiert wenn die 38 sekunden rum sind schreibst du mal bitte in die kommentare ich vermute das wird ein hinweis auf sierra geben da würde ich das wirklich feiern ja drei sekunden noch da schreibst du in die kommentare ich bin gespannt 20 sekunden auf freunde oder es gibt noch mal das geht dann in minus zeiten und das kann natürlich auch sein 10 974 321 was noch mal fünf minuten also wir wissen ja dass er da sitzt mit seinem mit seinem sohn ich würde das jetzt noch mal durchziehen deswegen geht die folge ein bisschen länger noch mal fünf minuten alter falter gut damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet aber ist ja klar dass er nicht stirbt weil er ja existiert also erlebt ja erzählt erzählt die geschichte gerade seinem sohn da kann er ja nicht sterben ich kann mir vorstellen dass er gleich wenn die fünf minuten rum sind dann noch mal wie sowas sagt ja stimmt ich konnte sie länger anhalten und das dann noch mal geht die frage ist was machen wir jetzt in der zeit die letzten fünf minuten die wir hier noch sind erstmal trinkt man ein stück wasser sekt wasser ist immer gut nein nicht in die oberfläche ja können wir ihn da irgendwie rausholen könnten wir ihn theoretisch theoretisch nur irgendwie hier rausholen können wir hier frau freimachen nö wir könnten wahrscheinlich oben noch mal an dem an dem an dem an dem an dem ruder drehen wahrscheinlich könnten wir das tun und wir können auf jeden fall nochmal speichern in der negativen auswirkung hätte freunde freunde wir warten die vier minuten ab ich weiß es ist ein bisschen langweilig jetzt am ende und wir würden das ganze schiff er erkunden und jetzt erklärt auch warum manche 87 8 minuten stunden brauchen das spiel zu spielen manche zwölf vielleicht ist das die differenz von fünf stunden die hinten am heck des schiffes aus was ausmacht oder weil die leute am heck des schiffes sich rum tummeln aber ich will es durchziehen es tut mir leid ist wie gesagt ist es ein bisschen langweilig aber ja sollen wir uns mal von von google witz erzählen lassen 100 geniale witze zum tod lachen pass auf wir machen was ist der beste flachwitz ok zu welchem art geht ein geht pinocchio warte mal ach da muss ich erstmal auf die seite gehen entschuldigung so flach aber lustig ja 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 flachwitzel hast du hast du ein bad genommen warum fehlt eins nicht gelacht erkennt ihr bei tiktok nicht gelacht egal wie du schläfst albert schläft wie einstein egal wie du fährst züge fahren güter was kommt nach elch zwölch wissenschaftler herausgefunden ja gut ok das kennen wir ja habe gerade mein brötchen angerufen war belegt habe meinen mathelehrer angerufen damit hat er nicht gerechnet was versteht man unter einer turbine nichts viel zu laut übrigens ich habe gerade ein bad ein blatt gelocht aber das nur am rande ok den kann ich noch nicht der war gar nicht so schlecht steht ein baum allein im wald sitzt einer im stefer café wie heißt der schutzpatron der vergesslichen links was machen mathematiker im garten wurzel ziehen wollte spiderman anrufen aber der hatte kein netz älter geht's nicht in welchem urlaubsort wird am meisten geflucht wenn sich wissenschaftler ein brot bilden nein wenn sich wissenschaftler ein brot das belegt nach ist es dann wissenschaftlich belegt mein gott ist das schon in dem witz aufbau ist schon die lösung das ist totaler quatsch das mathebuch ist der einzige ort wo es normal ist 53 millionen zu kaufen da ist was dran weil es dann nicht mehr lustig ist warum sollte man die pointe nie zuerst erzählen lachwegs extrem was ist rot und schlecht für die zähne ein ziegelstein was ist die märze von rettich mehr rettich was hat vier beine und kann fliegen zwei vögel ich stecke gerade in der bredouille wie schön frankreich wie schön frankreich so eine minute noch was sagt ein polizist mit sächsischem dialekt ägyptisch oder ich schieße ägyptisch geht ein neutron in die disco sagt der türsteher nur für geladene gäste er kann ich auch schon wann gehen u-boote unter am tag der offenen tür was ist die lieblingsspeise von piraten nach kapan ein richtig guter der passt ja mal zum thema meister joda können sie was zum schiefen vom pisa sagen gerade nicht warum cloud robin hood deodorant um es unter den armen zu verteilen wie nennt man jemanden der so tut als würde er etwas werfen scheinwerfer zehn sekunden noch vorhin zehn sekunden wenn das gleich noch mal so ist dann präsenten besen fünf vier drei zwei eins drei minuten 45 also ich befürchte das wird nichts bringen aber ich lese trotzdem okay wir ziehen die folge jetzt ein bisschen unnötig in die länge das ist richtig das ist das einzige was wir noch machen werden wenn du dich nicht mehr dafür interessiert dann sage ich jetzt schon mal schüss und vielen dank fürs zusehen gerne den daumen nach oben nicht vergessen was passiert wenn man cola ja nee 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 das zu billig zu billig den lese ich nicht vor treffen sich zwei magnete sagt der eine was soll ich heute bloß anziehen war heute ohne handy auf der toilette wir haben 167 fliesen hast du was zu trinken wasser nee was härteres okay eis gute flachwitze ach jetzt kommen die guten ah ja okay jetzt jetzt den einen habe ich schon gesehen pass auf jetzt ist das einleitende witzchen was ich eben schon hatte zu welchem na zu welchem arzt geht pinocchio zum holz nasen ohren arzt weil ich nicht schlecht ja was liegt am eichel und spricht undeutlich eine nuschel ja was ist braun klebt und läuft durch die wüste ein karamell was ist groß grau und telefoniert ein telefant was ist rot und steht im wald ein kirsch was lauten nee wie lautet der vorname vom re das ist ein witziger aus den 90ern gehe ich den kartoffelpü wie nennt man einen bauern mit studium akademiker ein anderes wort für iphone hülle apfeltasche ja gut das ist ja was ist schwarz weiß und sitzt auf der schaukel ein schwinguin was ist grün und guckt durch das schlüsselloch ein spionat was ist orange und läuft den berg hoch eine wanderine ja ja was tragen gummibären bei schlechtem wetter gummistiefel welches gemüse ist besonders lustig kichererbsen was bekommt ein kannibale der zu spät zum essen kommt die kalte schulter wie nennt man einen keks der unter einem baum liegt ein schattiges plätzchen wir haben uns für den winter zwei schnee schauffel gekauft wir paar schippen jetzt mein zahnarzt sagt ich brauche eine krone endlich sieht es jemand so wie ich eine minute noch was das gegenteil von frühlings erwachen spät recht einschlafen was ist grün hat gute laune und hüpft umher eine freuschnecke eine freuschrecke entschuldigung wie nennt man einen bummerang der nicht zurückkommt ein stock was ist weiß und rollt den berg genau eine lawine mit heimweh kurze flachwitze was das kurze flachwitze was waren die jetzt lang die anderen was trinken führungskräfte leitungswasser welche schuhe tragen bild redakteure skandalen was macht ein clown im büro faxen wer schummelt im dschungel mogli wie nennt man einen spannender ohne auto carlos wie nennt man den flur im iglo eisdiele zehn sekunden noch wie nennt man ein cowboy ohne pferd einen sattelschlepper und los geht's zehn sekunden dann ist aber wirklich schluss mal gucken was passiert vielleicht kriegen wir auch ein achievement dafür wer ist nein die haben sich ein eis geholt oder so vor vielen jahren genau an diesem tag starb geiler schrieb an einem unfalltod die die behörden später als ertrinken bezeichneten hinterlässt seine geliebte frau elaine sie hatten keine kinder ach quatsch so ein blödsinn während er viele großen abenteuer erlebte blieb das wichtigste von allen unerfüllt ja das geheimnis wurde nie gefunden okay errungenschaft freigeschaltet tot 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 wir haben eine errungenschaft und man kann sterben wenn man in lucas arts film wie ever adventures wir haben es rausgefunden freunde ich hoffe wir können auch wieder laden ansonsten haben wir ein kleines problem ich lade jetzt mal hoffentlich geht das ja alles klar schnell an die oberfläche zurück freunde wir haben erschienen freigeschaltet sauber es hat sich gelohnt dass wir uns die dämlichen witze angehört haben so freunde falls dir das auch gefallen hat und falls du durchgehalten hast kriegst du von mir einen fetten daumen nach oben und würde mich auch freuen wenn du mir auch einen zurückgeben würdest wenn du nichts verpassen möchtest wenn du wirklich erfahren möchtest was das geheimnis von monkey island ist dann darf ich dich bitten mich zu abonnieren und die glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder gerne nochmals in die kommentare schreiben ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal wieder vielen dank für zu sehen und ciao du geiler stecher du also in seestecher meine ich wohl viel prob 3 4 hier 50 dort Untertitelung des ZDF, 2020